Hallo Roland, danke für die Einladung, dass wir heute nochmal sprechen dürfen zum Thema Transzendenz und Wirklichkeit. Und offensichtlich gibt es hier einen Unterschied. Es gibt nicht den Unterschied zwischen Transzendenz und Wirklichkeit, es gibt einen riesigen Unterschied zwischen Wirklichkeit und Realität. Und ich bin froh, dass wir darüber nochmal reden können, weil das eine der Hauptthemen war, die Hans-Peter Dörr, der große Physiker und auch Friedens- und Weltpreisregier mit mir über Jahre diskutiert hatte. Das Problem ist, in der englischen Sprache hat man Realität als einen einzigen Begriff, den wir auch in Deutsch mit Realität und Wirklichkeit gleichzeitig übersetzen. Und da ist ein riesiger Unterschied. Darüber haben Physiker nie nachgedacht, weil sie sich mit Sprachen nicht auskannten. Der Begriff Wirklichkeit kommt von dem deutschen Mystiker Meister Eckart aus dem Hochmittelalter. Was wirkt? Darum geht es eigentlich. Es geht nicht um die Abstraktion von irgendwelchen Ideen, die sind denn Realität. Und der Dörr war fasziniert, wie ich ihm klar machte, dass Realität mit einer Objekthaftigkeit zu tun hat. Die Wirklichkeit kommt vom lateinischen Wort res, das Objekt. Die Wirklichkeit hat kein Objekt, die Wirklichkeit wirkt. So, wenn ich jetzt in der Natur mich umschaue, dann habe ich einen Eindruck, der auf mich wirkt. Und in dem Moment, wo ich diesen Eindruck beschreibe in Form eines poetischen Textes oder ich mache ein Bild oder ich mache ein Gemälde, ein Foto, wie auch immer, wird die Wirklichkeit schon reduziert auf die Ebene von verschiedenen Realitäten. Die viel größere Wirklichkeit kann ich adäquat mit Worten überhaupt nicht beschreiben. Wir sind aber nicht gewohnt, in die Wirklichkeit zu berühren, weil wir ständig mit Ideen und einer Fülle von Realitäten uns auseinandersetzen. Und da liegt das Geheimnis, denn ich überschreite nie einen Raum, also Transzendenz wäre eine Überschreitung, sondern ich muss immer hineintreten in die Wirklichkeit und das ist die große Übung heute auch auf dem spirituellen Weg. Die Wirklichkeit zu berühren bedeutet, nach innen zu gehen, nach außen zu schauen, das wirken zu lassen, was dort ist, aber nicht mehr zu manipulieren. Und deswegen ist es auch so interessant, wenn Leute vom Tod reden, als Übergang in eine andere Welt, ist das eine völlige falsche Vorstellung. Wir betreten beim Tod eigentlich die Wirklichkeit, die wir jetzt schon erfahren könnten. Das heißt, es geht nicht um einen Transitus, es geht um den Intuitus in die eigentliche große Wirklichkeit, die in mir vor einigem lebendig ist. Weil wir diesen Innenraum, das innere Universum, nie richtig erforscht haben, sind wir laufend im äußeren Universum, am Operieren und Spekulieren und warten, dass irgendein Phänomen mich auch manipuliert gesund macht oder wie auch immer durchs Leben navigiert. Wir werden inzwischen durch diese ganzen Apps, die wir haben, einfach durchs Leben navigieren und sind gar nicht mehr in der Lage, in diesen Raum zu kommen, der die letzte Wirklichkeit ist. Und die Transzendenz von der, das ist eine wahnsinnige Spekulation, was bitteschön will ich in diesem großen Universum überschreiten. Es geht um die Immanenz, das in mir selbst wohnen, zu Hause sein. Es wird nicht geübt, weil alle psychotherapeutischen Hilfsmittel diesen Innenraum überhaupt nie tangieren. Es werden Geröllhalden abgebaut von irgendwelchen Denkmustern, aber diesen eigentlichen Leerraum, der in mir auch zu Hause ist, der sogenannte unsterbliche Bezirk, der wird überhaupt nie betreten. Und wir leben in einer Fülle von Glaubenssätzen, wissenschaftlich, viriliös, die dringend überwunden werden müssen. Sonst kann ich in diesen Innenraum nicht nach Hause kommen, meine eigene Heimat. Roland, dann wäre ja das eigentlich ein Thema, das man schon mit den kleinen Kindern beginnt, in den Kindergärten, dass wir, ich glaube, die Schweden machen das ja gerade, Meditation einführen, um in die Ruhe zu kommen, um nach innen zu sehen und nicht nur sagen, es gibt nur noch was außen, sondern das meiste ist innerhalb von uns. Das ist ja das Entscheidende, dass wir, wenn wir von der Entfaltung reden, wenn ein Mensch sich entfalten soll, ja, der muss sich von innen nach außen entfalten können, weil in ihm alles vorhanden ist. Wir leben aber in einer genau umgekehrten Welt. Wir leben in einer Welt von Komplikationen, wo das ist die Zusammenfaltung, genau das Gegenteil von der Entfaltung. Eine Blume entfaltet sich jetzt, wenn die Sonne ruck geht, ist der Höchststand der Entfaltung, dann geht sie gegen Abend wieder zusammen. Wir werden durch Komplikationen ständig so zusammengefaltet, dass eine Entfaltung nicht mehr möglich ist. Und es fehlt den Menschen das Vertrauen, dass in ihnen selbst das ganze Universum zu Hause ist und auch das ganze Wissen. Es muss entfaltet werden. Das ist natürlich ein interessanter Ansatz, der ja völlig unser Schulsystem, unsere Wirtschaft, unser Denken ja eigentlich sprengt, weil wir immer denken, wir wachsen auch wie eine leere Hülle und hier müssen wir jetzt halt alles hineintrichtern an Wissen, damit der Mensch lebensfähig bleibt und wirtschaften kann. Und du sagst jetzt, das Gegenteil ist eigentlich wahr, der kommt schon mit einer Fülle an Kreativität, die man eigentlich fördern sollte. Wir brauchen Lehrmeister, die in den Kindern und den Jugendlichen das Wissen aufschlüsseln, das in ihnen ist. Das ist was völlig anderes. Also man muss den Kindern einen Master Key an Hand geben, damit das Wissen, was ja in mir vorhanden ist, graduell der Lebensphase entsprechend entschlüsselt wird. Das heißt, es gehört nichts hinein, es muss nur ans Licht. Das Wissen ist in der Fülle in jeder Menschen vorhanden, bei jedem. Das ist ja auch, glaube ich, die Schnittstelle eben zu dieser Quantenphysik, zu diesem Quantenraum, wo man sagt, in diesem Transraum ist theoretisch alles Wissen schon vorhanden. Und das sind ja auch diese Einfälle, die viele berühmte Menschen schon gehabt haben, Pensolformel oder wie auch immer. Da gibt es ja viele Beispiele in der Geschichte, dass der Mensch sagt, ah, da ist mir was zugefallen. Aber offensichtlich habe ich das aus diesem Wissenspool einfach nur abgeschöpft. Die Leute haben nicht die Zeit, sich auf diesen Raum einzulassen. Sie meinen, es muss immer von außen kommen. Sie haben nicht gelernt, das von innen zu schöpfen. Also der schöpferische Prozess geht immer von meinem Innenleben aus und nicht von meinem Außenleben. Heute werden wir genau umgekehrt gesteuert. Das war ja übrigens das Phänomen von Heisenberg, was nie richtig gedeutet wurde. Heisenberg, der war ja kein Physiker, er war Mathematiker. Und Heisenberg hatte gelitten unter Heuschnupfen. Und aus dem Grunde ist er immer nach Helgoland gegangen. In dem Moment, wo man die Insel Helgoland, ich bin ein Norddeutscher, betritt, ist jeder Heuschnupf sofort verschwunden in dem selben Moment. Und er hat dort immer abends in der Abenddämmerung gesessen und hat dann gemerkt, dass in der Dämmerungsphase sich auch sein innerer Raum plötzlich enorm öffnet. Und da ist ihm klar geworden, auch die Unschärferelation, wir dürfen die Dinge nicht so genau anschauen. Wir müssen ihnen den Raum geben, auch in ihrer Unvollkommenheit und in der Unschärfe. Und wir wollen heute alles präzisieren, tausendfach vergrößern und lassen die Wirklichkeit nicht mehr wirken. Und das ist ein Kulturverlust. Richtig, wir klastern alles, wir bauen alles in kleinen Bereichen, wir zerlegen das, bis es nicht mehr weiter geht. Und dann sagen wir, okay, wie ist das Zerlegte miteinander verknüpft? Dabei ist eigentlich die Verknüpfung das Künstliche. Ja, und hier ist der entscheidende Punkt, der Lebensprozess des Menschen ist ja ein Entfaltungsprozess, ist ein Reifungsprozess. Und er bewegt sich niemals auf den Tod zu. Ich habe ja vedische Philosophie studiert, er bewegt sich immer aufs Leben zu. Solange wir hier noch immer von Leben und Tod reden, machen wir einen großen Fehler, religiös wie auch sprachlich, philosophisch. Das Gegenteil vom Leben gibt es überhaupt gar nicht. Das Gegenteil vom Tod ist die Geburt. Wir bewegen uns ständig in dieser Polarität von Geboren werden und Sterben. Wenn ich jetzt aufwache, lebe ich wieder, wenn ich heute einschlafe, sterbe ich. Das Leben ist davon letztlich unberührt. Das Leben umfasst ständig diese beiden Polaritäten von Geburt und Tod. Das heißt, der Lebensprozess ist ein ewiger Prozess und endet auch nicht mit dem Tod. Er wechselt nur die Erscheinungswelten. Die Erscheinungswelten und die Erfahrungswelten. Man muss sich das vorstellen, von einem großen Ozean, einem Meer geht eine Welle raus. Und dann bekommt das Meer in Form einer Welle eine besondere Existenz. Diese Existenz, die bewegt sich und geht aber wieder in das Meer zurück. Diesen kleinen Raum, den nennen wir Existenz. Und den schauen wir Menschen hauptsächlich an. Das große Meer schauen wir nicht. Die große Wirklichkeit sehen wir gar nicht. Lass uns doch nur mehr auf dieses Thema eingehen, dass die Menschen begreifen, dass wir hier tatsächlich um Wahrheiten sprechen. Weil die denken, wir machen hier ein esoterisches Gespräch. Und reden hier um den heißen Brei. Und sagen, die Wissenschaft hat ja bewiesen, dass diese Realität ist. Wir haben die Naturgesetze und wir können, keine Ahnung, seit dieser klassischen Formel drei von denen schon miteinander vereinen. Die vierte Gravitationskonzernte geht noch nicht. Also wir wissen ja praktisch schon alles. Und das, was wir hier tun, ist praktisch irgendwie mystisch etc. Aber das stimmt eben nicht. Der entscheidende Punkt ist, dass wir nicht genau unterscheiden zwischen Glauben und Wissen. Also wir leben in einer Welt von einer Fülle von Glaubenssätzen. Und haben aber den Sprung zum eigentlichen Wissen gar nicht geschafft. Das Wissen ist eine tiefere Erfahrungsdimension, die man nicht verwechseln darf mit Wissenschaft. Wissen hat mit Wissenschaft gar nichts zu tun. Wissenschaftliche Erkenntnisse sind eine Fülle von... Jede mathematische Formel oder jede physikalische Erkenntnis ist letztlich ein Modell. Bedeutet aber nicht die Wirklichkeit. Wenn ich sage, zweimal zwei ist vier, das haben wir mal festgelegt als Modell. Ob das genau stimmt, ist ja gar nichts zu überprüfen. Das Wissen ist eine Erkenntnisdimension, wo ich sage, ich weiß, das was wir als Gnosis bezeichnen. Das ist eine Erkenntnis, die in mir so massiv ist, wo ich auch weiß, dass ich als unsterbliches Wesen, egal in welcher Form, immer da sein werde. Und da muss ich heute einen Sprung machen. Das hat mit Esoterik überhaupt nichts zu tun, weil wir auch da sind so viele Glaubenssätze an Rituale und an eine Götterwelt, an eine Götzenwelt. Wir haben uns zu sehr Projektionen nach außen geschafft und sind gar nicht mit unserem eigenen inneren Zuhause in Kontakt. Der Wissensbereich ist bei mir innen. Wir sind dazu gekommen, dass wir hier so weit abgetrifftet sind. Weil wenn man die alten Kulturen anschaut, du hast vorher gesprochen, du hast die Wäden studiert. Es gibt ja viele alte, auch die Inder und die Chinesen, die sehr alte Kultur sind, die wissen ja um diese Dinge. Die wissen, das war immer so, es gab immer zu ein Zeit eine gewisse Hochkultur, die auch dominant war. Und dann haben Leute damit ein Geschäft gemacht und dann ist die Kultur zusammengebrochen. Das Wissen ist nicht primär dafür gedacht, um daraus ein manipulatives Geschäft zu machen. Das hat man gemacht. Man hat aus dem Wissen Glaubenssätze gemacht. Und da bricht eine Kultur zusammen. Und jetzt Wissenschaften, Dinge, die Wissenschaft hervorgehen. Unser Luxus, unser Konsum. So ist es. Wir leben jetzt genau in einer Fülle, in einer Konsumfülle, die uns narkotisiert, die uns gar nicht mehr an die Wissensquelle heranführt. Das geht für Gesundheit, das geht für Medikamente, das geht für Nahrungsmittel. Wir haben ja erstaunlicherweise gar keine Lebensmittelsicherheit. Wenn ich 150.000 verschiedene Lebensmittel in den Supermärkten zur Verfügung habe, gibt es keine Lebensmittelsicherheit mehr. Das heißt, das Grundwissen ist uns verloren gegangen, weil wir gar nicht mehr intuitiv beheimatet sind. Das ist das, was auch die Kübler-Ross immer wieder gesagt hat. Wir haben also den Quadranten auch dieser Intuition mit, wenn wir nicht den Intellekt haben und die Emotionen. Und dann gibt es auch nicht den Quadrant der Intuition. Also wir haben dieses intuitives Wissen, der Körper, dieses Unterbewusstsein, hat schon hier mehr Wissen als unser Wachbewusstsein. Unser dingliches Bewusstsein, sage ich es einmal so, die hier die Welt in Clustern einteilt. Und hier meint, diese Cluster oder diese Einteilung, dieses Herausschneiden aus der Wirklichkeit zur Realität zu gestalten, das wäre dann die Wirklichkeit. Das ist ja unser Problem. Das ist unser Problem, weil wir wechseln auch Intuition mit Intellekt. Die Intuition ist ja die Voraussetzung, dass ich überhaupt intellektuell sein kann. Der Intellekt ist nicht eine Verstandesfähigkeit. Wir glauben immer, der Intellekt ist etwas, was mit dem Verstand zu tun hat. Die Intuition bedeutet nach innen gehen, Intuiri, nach innen schauen. Und das, was ich innen geschaut habe, sammle ich auch innen auf, Intraleckere. Nicht im Kopf, Intraleckere. In meinem Inneren wird aufgelesen, Intraleckere lesen, was ich geschaut habe. Das heißt nicht im Kopf. Hier ist es genauso wie mit dem Auswendiglernen. Wir denken immer, Auswendiglernen ist eine kognitive Angelegenheit. Im Englischen heißt Auswendiglernen Learning by Heart, mit dem Herzen lernen. Im Französischen Apprendrez par cœur, ist eine Herzensangelegenheit. Das muss man sich mal vorstellen. Das Herz findet ja bei uns gar nicht statt, wenn wir hier auswendig lernen, weil wir glauben, wir müssen hier mentale, kognitive Superleistung verbringen. Wir überlasten unsere Gehirnaktivitäten und benutzen das Herz mit der großen Energiekapazität überhaupt nicht. Ist denn das der große Fehler der Medizin, zu sagen, die kognitiven Leistungen werden allein vom Gehirn erzeugt? Ist denn der Körper selber schon ein intelligentes Instrument? Der Körper nicht, sondern außerhalb des Körpers liegt der viel größere Raum, wie der Dürgen sagt, das Hintergrundsfeld. Die reden nicht von Astralwelten. Aber das wird ja durch den Körper angezafft, aber nicht nur durch unser Gehirn. Vom Gehirn gar nicht. Eher ein Resiver ist, wo unser Bewusstsein oder die Mikrotubeli, was ja Roger Penderes sagt, vielleicht steckt da das Bewusstsein drin, aber offensichtlich, das ist eine Art Empfänger. Also das Gehirn ist sicherlich der völlig falsche Ort, wo wir das Bewusstsein lokalisieren müssen. Ich habe mit großen Künstlern große Gespräche geführt, wo die die Noten abrufen, die Musik abrufen, wenn sie Konzerte machen. Und jeder sagt, wir haben lange geübt. In dem Moment, wo wir jetzt die Hände aufs Klavier legen oder wir spielen Geige, findet etwas statt, was außerhalb meines Körpers funktioniert. Die rufen ab aus dem etwas größeren Universum. Das heißt, der Körper funktioniert dann als Instrument. Aber ich rufe nicht aus dem Kopf ab. Genau. Das heißt, wir werden auch unsere Erinnerungen und das, was wir sind, nicht im Kopf gespeichert. Also Erinnerung, hier kommt der Punkt, Erinnerung heißt im Lateinischen recordari, die Rückkehr zum Herzen. Ich kann nur das erinnern, was ich im Herzen gespeichert habe. Das ist die Rekordanz, von der ich geredet habe. Die Rückkehr zum Herzen macht die Erinnerung überhaupt möglich. Die Erinnerung kommt nicht aus meiner Datenbank im Gehirn. Was passiert denn gerade in unserer Gesellschaft? Du sagst, dieses nach außen illusorische, projizierte Realität, die uns so beschäftigt, die uns so beschäftigt hält, die uns so in einer Geschwindigkeit hält, dass wir aus der Harmonie geraten. Wir können mit dieser Geschwindigkeit all along nicht mehr leben. Der menschliche Körper ist ein analoges Musikinstrument und wird jetzt durch eine Superdigitalisierung im Hochgeschwindigkeitsmodus eigentlich zerstört. Das heißt, die Schwingung, der Körper, der analog schwingt, genau wie eine Scharplatte, braucht wieder ein Resonanzphänomen, das ist die Natur eigentlich, die analog schwingt. Aber wenn ich Laufen an der digitalen Welt aussetze, Fernsehen und Smartphone und Tablets, dann hat er den Kontakt zur analogen Natur verloren. Und in keinem Fitnesszentrum und in keiner Klinik kannst du analog wieder gesund werden, nur in der Natur. Die Medizin weiß auch nicht, wie sie dich mit Medikamenten und Therapien wieder analog in Harmonie bringt. Die Wiederherstellung, es gibt ja keine komplette Wiederherstellung der Gesundheit, aber eine Annäherung kann nur durch ein analoges Phänomen passieren. Da sind wir aber wieder bei den noch Innenkernen, beim Yoga und Meditation, das wären doch diese Techniken, wie ich hier wieder in Einklang komme. Es ist keine Technik, sondern es ist der Weg. Die Leute glauben immer, sie lernen eine Technik. Nein, es ist der Weg, den man geht. Das ist ein Riesenunterschied. Wenn ich jetzt eine Bergwanderung mache, dann muss ich nicht nur eine Technik beherrschen, sondern ich muss bereit sein, den Weg zu gehen und nicht als Anstrengung zu sehen. Wenn ich von vornherein sage, das ist mir zu anstrengend, dann gehe ich den Weg gar nicht erst. Jeden Weg, jeden Lebensweg kann ich leicht gehen, wenn ich einen Schritt nach dem anderen mache. Es kann steil sein, es kann leicht sein, es spielt keine Rolle. Denkst du, dass die Gesellschaft in der westlichen Welt, Zivilisation, die ja massiv versucht, diesen Transhumanismus noch auf die Spitze zu treiben, dass hier ein Ausweg kommt? Ich würde mal sagen, die Transformation ist ja im vollen Gange. Ich habe keine Angst vor einer sogenannten apokalyptischen Entgleisung, das glaube ich nicht. Es wird einen radikalen Wandel geben, von jetzt auf gleich irgendwann. Das ist bei allen Zeiten so gewesen, es gibt ja einen Kulturpeak, wo die Leute sagen, ab sofort, es geht einfach nicht mehr. Wir werden an einen Punkt kommen, wo jeder sagt, es geht nicht. Irgendwann gibt es einen Zusammenbau, es gibt einen Krieg, wie auch immer. Auf jeden Fall, wir stehen ja unmittelbar bevor. Im Hintergrund, ich habe ja mit vielen Leuten weltweit auch ein Netzwerk aktiv, wir arbeiten nicht gegen etwas, sondern wir arbeiten für diesen Wandel. Es hat aber keinen Sinn, jetzt in die Arena zu gehen und laufen wie ein Missionar aufzutreten, weil die Kräfte dagegen noch zu stark sind. Man muss sehen, dass man sich mit Leuten vernetzt, die im Hintergrund wirken und es wirkt auch. Meine völlige Überzeugung, ich muss nur die Intention haben, wie die Lynn McTaggart so richtig gesagt hat, wenn nur sieben Leute das Gleiche wollen, dann haben wir den Schmetterlingseffekt, können wir das ganze Universum zum Einsatz bringen. Wir brauchen die sogenannte Kohärenz, die gleichgeschalteten Wellenmuster. Das heißt, wir müssen das ganze Wellensystem wieder in eine Gleichschwingung bringen. Roland, danke für dieses Gespräch.